Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es natürlich wieder weiter mit dem CSGO Adventskalender und heute ist auch der 10. Dezember. So, vorhin kam schon ein Video raus, also ich muss es jetzt mal sagen, weil heute kommen ja zwei Videos, weil ich gestern, gab es Probleme mit den Kommentaren bei YouTube und da wurden mir nur die Hälfte davon angezeigt. Deswegen kommt das gestrige heute schon raus, beziehungsweise ist das jetzt gerade raus, ich habe es jetzt gerade freigeschalten und jetzt kommt natürlich das vom 10. Dezember. So, die Preise von heute sind natürlich wie immer auch drei Preise. Der erste Preis ist die AK-47 Elite Build. Der zweite Preis wäre dann die 5-7 Ballplay. Und der dritte Preis ist dann heute eine M4-4 Desert Strike. Ich habe es im vorigen Video schon erwähnt und ich werde es jetzt auch nochmal genauer erwähnen. Für die Leute, die heute zum ersten Mal einschalten und sich denken, hey man, ich will auch bei diesem nächsten Adventskalender mitmachen. Ich habe in der Videobeschreibung ein Video verlinkt. Ich werde es euch nochmal zeigen. Ihr guckt euch jetzt zum Beispiel das Video hier an. Geht in die Videobeschreibung, erster Link, da klickt ihr drauf. Da kommt ihr dann zu einem Video, in dem ich alles erkläre, wie zum Beispiel, was könnt ihr gewinnen, wie nehmt ihr daran teil und noch ein paar Bonusinhalte. Weil ich jetzt ein paar Mal schon gemerkt habe, dass das nicht so ganz funktioniert, wenn ich sage, erster Link, Videobeschreibung, da klickt ihr drauf, dort könnt ihr teilnehmen. Die Hälfte davon, also die Hälfte, die meisten verstehen es, aber es sind halt immer wieder so zwei, drei dabei, die dann unter dem falschen Video kommentieren. Also wie gesagt, ihr klickt in der Videobeschreibung, erster Link, dann kommt ihr hier zu dem Video. Ich empfehle euch, ich empfehle es euch, das Video ganz anzuschauen. Dann wisst ihr auch, was, wann, warum, weshalb, wieso und so weiter und so fort. Aber ich spoiler gleich ein wenig. Um teilzunehmen, müsst ihr meinen Kanal abonniert haben, beziehungsweise ein Abonnent von mir sein. Wenn ihr ihn jetzt abonnieren, dann liked ihr dieses Video, das Teilnehmervideo, steht auch im Titel, müsst ihr es liken und ihr müsst unter dem Video kommentieren. Desto mehr Kommentare unter dem Video sind, desto höher ist, also desto mehr Kommentare ihr unter dem Video schreibt, umso höher ist eure Gewinnchance. So, ich hoffe, das versteht jetzt jeder, weil ich weiß nicht, wie ich es sonst noch erklären soll. Gut, dann würde ich auch gleich mal sagen, jetzt sind wir die Gewinner. Und zwar, der erste Preis war die AK Elite Build, die geht heute raus an den Anarchy Zink, die Klammer Flexi 8 LP. Also ich noch vergesst habe zu sagen, die Gewinner von letztens setzen somit, also setzt das einmal wieder aus, weil jeder Gewinner setzt dann einen Tag aus, beziehungsweise den nächsten Tag. Also die Gewinner vom letzten Video setzen heute aus. Also, und ich mal geht's jetzt, du bekommst eine AK Elite Build. Der zweite Preis war dann, der zweite Preis, der zweite Preis war dann die 5-7 Fall Play. Die geht heute raus an den, FIFU LP. Der zweite Preis war dann, der zweite Preis war dann die M4A4 Desert Strike, die geht heute raus an den netten, nein, an dich nicht. Du hast gerade eine 5-7 Fall Play gewonnen. Es gibt einen Re-Roll. Die M4A4 Desert Strike bekommt. It's Jode 0-12 bekommt sie auch nicht, denn die hat sie letztens, also hat letztens was gewonnen. Falls ich gerade richtig sehe, war es eine Gali Area Eco. Hm, die M4 geht raus. Marmor YT für YouTube, schätze ich mal. Geht's jetzt an dich? Du bekommst die M4A4 Desert Strike, du bist sogar ein neuer. Also ein neuer Wiener, sag ich mal. Ähm, ja dann war's das auch gleich wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Kommentiert in die Kommentare, wie... Weißen nicht. Welche Farbe hat euer PC oder so? Keine Ahnung. Und lasst mir ein Abo da, wer noch nicht abonniert hat. Ansonsten war's das dann auch wieder für heute. Dann sag ich gleich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Outro